Eine allerdings nicht so tolle Nachricht erhält Studentin Sonja. Ein überraschender Brief und Glück allein entscheiden über ihre Zukunft. Wie diese wohl aussehen wird? Was ist das? Kaum zu glauben. In ihren Händen ein offizielles Schreiben der Uni Bielefeld. Sonja soll wie viele andere Studenten der Abteilung für Ästhetische Bildung die Uni wechseln. Sie ist völlig am Ende mit ihren Nerven. Ich war total geschockt, als ich den Brief bekommen habe. Der Unizahn soll abgerissen werden. Die Studenten sollen verteilt werden. Sonst gab es keinerlei Informationen. Ich konnte mit dem Brief absolut nichts anfangen. Grund dafür ist die Sanierung der Uni. Der Gebäudetrakt für Ästhetische Bildung gleicht einer Baustelle. Dass die Studenten so plötzlich die Uni verlassen müssen, ist ein Skandal. Wir als Campus TV Team müssen dem nachgehen. Wir befinden uns an den Aufzügen vor den Verwaltungsbüros der Uni Bielefeld und versuchen mal ein offizielles Statement zu bekommen. Frau Ausrede, Sie als Sekretärin des Direktors, was hat es mit der Umverteilung der Studenten auf sich? Können Sie mal bitte die Kamera da weg machen? Warum werden die umverteilt? Wie soll das Ganze stattfinden? Entschuldigen, können Sie mal dieses blöde Mikro, warum halten Sie mir das die ganze Zeit vor? Können Sie mal da weg, das ist mein Aufzuglitter. Gibt es keine offiziellen Informationen dazu? Entschuldigung, aber... Können Sie sich vielleicht erst mal eine Drehgenehmigung holen? Tja, soviel dazu. Keine befriedigende Antwort. Für uns und für Sonja. Was ist das für eine Organisation hier? Ich fühle mich absolut im Stich gelassen von der Uni. Ich bin maßlos enttäuscht. Mit diesem Gefühl können wir Sonja nicht alleine lassen. Wir haben uns an Professor Probabilitas gewandt. Sie hat von der Uni den Auftrag bekommen, die Umverteilung durchzuführen. Die Universitätsleitung hat mir zudem eine Liste zukommen lassen, mit deren Hilfe ich die optimale Häufigkeit berechnet habe mit den beliebtesten Universitätsstandorten. So sind Städte wie Köln, Paderborn und auch Dortmund Städte, die häufig vertreten sind und gleich mehrmals vorkommen, da Studenten hier sehr gerne studieren würden. Aufwendig ist das Verfahren nicht, das sich Professor Probabilitas ausgedacht hat. Aber der Zielgruppe entsprechend. Denn selbst Studenten der ästhetischen Bildung können ein Glücksrad drehen. Also ich muss sagen, ich bin wirklich äußerst zufrieden damit, wie unsere Aktion mit dem Glücksrad verlaufen ist. Wir haben auch eine sehr hohe Quote an Zufriedenheit bei den Studenten, muss ich feststellen. Und das freut mich natürlich sehr. Ich finde das eine Unverschämtheit. Ich verstehe auch gar nicht, warum sich der Staat hier nicht einschaltet. Ich habe hier meinen Job, meine Familie, meine Freunde und das jetzt alles hinter mir zu lassen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, Wuppertal hat eine Schwebebahn, die Uni soll auch ganz nett sein. Ich bin eigentlich zufrieden, ich bin glücklich damit. Aber ehrlich gesagt finde ich, es ist ein Unding, dass so ein Glücksrad über die Zukunft so vieler junger Menschen entscheidet. Das kann einfach nicht wahr sein. Also das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Auch für Sonja sind die Würfel gefallen. Oder wie in diesem Fall, das Rad hat sich gedreht. Das kann einfach nicht wahr sein. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Ausgerechnet ich... Paderborn. Wer will schon nach Paderborn? Und jetzt heißt es für Sonja, Taschen packen und den bitteren Gang nach Paderborn antreten.